ja hey willkommen mein name ist der nido lp und ich begrüße euch zurück zu let's play kingdom at stream drop distance in der letzten folge haben wir mit rico ein bisschen monstrous bauch erkundet und haben uns selber getroffen und du hast mir voll im kreis hinterher irgendwie gruselig aber wo geist und kreis kommen wir mal bei den fähigkeiten nach und ein paar neue sagt mir so weiß ich mir will apb ist also das eine link verbindung da mache ich einfach noch damit die wegkommt und natürlich habe ich da nicht dann feuer wo es ist hier stupe 20 genau namen item wo es items benutze ich nicht joxon you dann haben wir ja ballon zum papier muss weil warum nicht dann jetzt irgendeinen neuen herstellen die zur kairo oder ok war oder hey ich kann mir erstellen die ruhe ob er natürlich erstmal nur provisorisch hergestellt wie ich später von allen irgendwie ein sternrang wie ich erstelle so name ganz kreativ robbie war das höhere drauf final bedeutet denn sieht in deinem ding aus da musst du okay das macht schon ein bisschen mehr sind mit dem muss ich noch einen blöden link verbindung machen noch mal bei der nächsten gelegenheit weiter da werden wir alle shops und erst mal da möchte jetzt abbreche so zeig mal jetzt gezählt dann muss ich mich nur mit ihm verbinden wie mary da gehen wir mal kurz ein paar punkte für das meinschaft ich glaube ich glaube ich glaube ich will er flüchten das land links auf haben wir ja wenn es 10 an 10 link angeschoben hat wird doch ewig dauern hier sind also naa link angriff wo soll ich denn den link jetzt herr holen das will mal jemand hier auch glanzer war nicht perfekt jetzt mein link von der selda wird schon so wie normal an das auch gehen da bin jetzt aber als links zählen oder als verbindung weg von mir es wird schon wieder ein worden ist das ist schon ein geworden die ganzen spezial linkportale mache ich aber auf screen irgendwann so nach dem spiel play nach dem nach der story meine güte bei dir allein zu finden und dann noch absurden hat wird einfach nur nervig sein soll jetzt halt mal das aber link dinge weit wir müssen diese link verbindung stattfinden während ich hier bin wenn ich da fall gescheitert aber was du in die alles was war das haben wir alles was hier unten am boden dass ich noch auf sammeln muss ja diese truhe und schon sagen ich habe angeteckt okay diesen effekt wollte ich jetzt nicht herbein rufen aber auch war irgendwie habe ich das gefühl jetzt mal mit glitzeinsätze ist irgendwie zu jetzt mal blitz ein und irgendwie irgendwie über deren kopf über deren köpfen die einschlagen aus ob für manche erzählen sollen nein wie soll ich nicht die truhe einsamen dreck nächster ich kann nicht einfach wenn er luft war deswegen kann ich nicht einsame er nicht gewährt was jetzt das bin ich verwirrt vom layout und nachdem wiederum ändern das extra so ausgerichtet man springen kann oder mal laufen kann man zu erreichen als ob niemand hier stutz der einsatz gibt es echt leute die nicht verstehen wir funktionieren und davon irgendwie weiß ich nicht irgendwie abhängt ich sehe nicht hier von den sachen schätze drei dinge werden ganz sicher hier irgendwo sein ich bin ich vom level ab recht weit entfernen auch wieder noch ein level ab hier 2 ich glaube ich bin einzufrieden ich wollte 32 die letzten beiden drohen etwas hinter uns haben irgendwo hier seien jetzt nach dem gerät war zum beispiel ja noch nicht gern natürlich ja voll die kryptischen wege noch mal umgedreht ha ich habe 0 sekunden zeit jetzt wird da oben man könnte dahinter sein vielleicht ich habe schon die letzte truhe aus irgendeinem grund doch gar nicht weiter mit zora wem war hier stehen geblieben sind oh gott er hätte keine dinge bekommen während ich weg war eine linkverbindung dann noch mal schauen wir jetzt wo es blitzattacke habe ich keine verlesen wieso bin ich hier schwert schon mal falsch wir sehen schon mal gespawnt wo ich dahin nahe gott das war verstören diese gesicht ich habe ja an ich dachte jetzt ein spiel für die ganze familie bis zu posten wie ein kids show das haben wir glaube ich auch noch nicht jetzt auch einfach als ein wenn wir aufhören sogar die ganze zeit angefeiert auf jeden angriff versuchte damit nicht dazu irgendwas machen also ich werde immer auch meine angefangen abzubrechen wenn wir nicht ausfüllen oder wir sind nicht so stark ich habe auch so viel maus die tut nicht so viel reißen wollte mir eigentlich was erzählen überhaupt richtig ich bin ja richtig den letzten park benannt habe ok ich glaube ich ich trete ich euch in den winter der panda steht da einfach nur so im hintergrund weil es der nirgendwo man müsste ein rot da hast du mit richtig mann ist hier und deswegen sind die postmusik bei mithilfe auf geht dann beim starten ist die postgegner die boogie boogie in einer riesenform all das aber irgendwo hier war eine truhe aber gerade truhe glaube ich wir haben geschafft die ist nicht mehr hochzukommen heute möchte ich mal irgendeinen angriff machen lassen und heißt die ganze zeit abgebrochen werde von wegen gewandt er geht mir langsam echt auf die nüsse morgen sind die rot das hat auch gott hey haben sie wo sind meine traumfänger behaupte das eigentlich einer nach dem anderen haben die farbe immer zu bedeuten halter angriffen plan kannst du nicht in dem spiel sagt man hat so unübersicht was haben wir diesen sprung angriff schaden der stunde laufen trampolin da kann man doch keinen schaden machen aber gut sport war ein hach gibt es doch eigentlich voll sinnlos ist in dem spiel ich meine einen großen unterschied an das kreativ mit zora zuerst hingehen soll weil hier hat er erst gesagt wir haben das schon in trance welt kunden gesehen wie man da 13 ging nochmal zwei jahre wenn es interessiert er kann das hier lesen oder immer ein projekt von king nummer zwei nachschauen weil das spiel auch let's plate wird so gut wie 100 prozent alles und ja warum ist jetzt das überhaupt aufgetaucht ist jetzt nur kurz aufgetaucht so übrigens ich bin auch in diesem spiel macht irgendwie gar keinen sinn damit und sportfreund natürlich reinpacken rico direkt ja schön ja wir warten ist ja wieder auflädt ich muss vorlesen ja okay meine güte so oder drei klinger kein ding normales wer wies mal ging es hier ich wollte jetzt sofort elektro sturz anwesst und da ist mein zweiter kann ich schon zu mir keine lohnung hier abwinken wir noch einer da unbedingt irgendein traumfänger der glückspilz hat ich mal vernünftig fahren kann ja der ort hat ich darf den halben weg erst mal zurücklaufen weil es noch nur eine schatz zu laden die schon wieder verpasst hier werde ich aufgetaucht warum ist das jetzt aufgetaucht und ich kann mir nicht vorstellen dass ich in dieser welt erst später früher auftauchen weil die gegner gemacht steuer fände ich eigentlich sei ja da so überrascht so war ja schon von spät getroffen mann alle her mein gott was ja nicht deutlich ja weg da war ich jetzt schon mehr diese drei letzten drohen seit ruhen in der mitte hier verpasst weiter ich mache ich weil ich bin blöde am blocken ich danke mal an hier war von typisch weil wir da wollte ich eigentlich waren heute ganz am blocken ja ja welke meiner zeit und zeige also zwei ein bisschen aus weil sie sagen nochmann ihr seid aber bestimmt anfällig die vier sind mit zu werfen es war ja warum ist das aufgetaucht er hätte sich da jetzt hier voll so was schnappen können oder deine ist aber nur aufgetaucht tachchen tschüss macht doch keinen Sinn oh yes ma'am and you must be the blue fairy that's right and i'm afraid that i have great news good geppetto went off to look for pinocchio and he was swallowed by a whale named monstro what have you told pinocchio and jimini about it yet yes and when i told them geppetto was still alive inside the whale and at the bottom of the sea those two little ones ran off at once they're very determined to save him but that's crazy i gotta find them die sind ja wir sind dämlich ist das schon wir haben schlüssel schwert schwingenden sora und was wollen die beiden bitteschön machen anstatt den kurz mal so bescheid zu sagen ich habe sie doch gerade gerettet warum sind meine kommandos denn jetzt schon wir haben ja bitte sagt mir jetzt hier sind die tun wir auf dem weg sind ich hier einsammeln muss noch ja und so lang komische sortierung aber ich konnte ja in dem gebiet auch schon vorher hingehen glaube ich ne macht vielleicht ein bisschen sinn ich war leider nicht so viele sagte und da wurde direkt eingefroren und ihr seid zu groß sehr gut gelevelt war wieder irgendwas hier ja 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 sonst ja 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 environment da ist mit vortrag kann ich ein bisschen außer gefahr sprengen ob so aber sie sich mal eigentlich schon wieder abwärter und er haut natürlich wieder volle wird nehmen wenn ich bin ich irre dann wartet doch immer was mal geht weg trotzdem fliegen wollte ich noch kurz angreifen die ballon ja dann kann man wieder so ein speichern auftauchen ob der herr oh mein gott ehrlich sagen wir sagen jetzt kauen und wiederverdauern richtig habe ich gesucht quack quack ich fordere ich aus kannst du haben den aber doch mit trikot in das sieht der klatsch schon ein bisschen angehauen schalte die traumfänger aus ja kein ding wie man sie mal ein bisschen mehr ab da kommen noch mal den ja ich bin zart konzentriere ich noch auf den das nicht so gemacht habe ich doch für aber auch das ball oder wir jetzt verlassen links verlorene also ja 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 kein mal voll hier blieb er hat ja noch ab was mich noch herausgefordert dann kommen wir pflicht ja und ständig bei klingel noch mal nein nicht so eintritt wieder war ein gott kämpft der fähre da wir mit so einem dreck der 3,4 ist gut weise wieder unnötig wie schwarz ich habe die ganze gegner ist wieder neu gesporen wo ja da will wir rein du kommst hier rein so direkt seinen angriffen aufladen das ist eine sekunde frei sein angriffen aufladen 20 sekunden auch weniger okay wir haben die zahlen ja ja 20 sekunden wird nichts Gott ja 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 ich habe es auch schaffen müssen aber nein wenn er so lange spielen ist so ja wieder stürzt und riko direkt weitermachen können haben wir alle schätze ja 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 bisher aber solange weiter bis hier abstürzt dass man hat das war meine angebete ganze abzubrechen die gegner in dieser welt gefallen bin ich jetzt zitiert unter wasser kein problem so weiter auch elektrische weg mag weg magi weg das ist ja auch was geben das ist nicht ob das so produktiv war ja alles so aber okay und stürzt noch mal kurz und wechseln wir zurück zu ich weiß nicht ob ich habe ich noch nicht okay wo von ragnall so kann man die benutzen kannst wenn du ein gegner schlangen durch die luft schleudert das kann ich habe geschleudert wird zurück um zu kontern okay ich sage ich bin die partie jetzt dann in der nächsten folge wieder von let's play kino matthew not distance mit rico ich habe mich als zuschauer und sagt tschüss bis zur nächsten folge